Catch Meister, du verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video, von mir und in diesem Video zocken wir... Leute, es gibt Infiziert, Ausgeschaltete werden Infizierte, was, was? Ausgeschaltete werden Infizierte, infizieren sie alle oder überleben sie, um zu gewinnen. Alter, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich würde mal sagen, wir zocken jetzt einfach. Der Battle Pass, wie weit sind wir? Wir haben nicht mal die Stufe 1 erreicht, Leute, ich spiele das Spiel so aktiv. Weiße Hai, haben sie Killer Instinct und kalte, sehnlose Augen? Oh, Executive Armory, was? Oha, wie schnell flippt es bitte? Kampfgestrillte, oha, Fireclaw, Fireclaw, zeigen sie mit dieser Sammlerrollen... Oha! Digga, halt's Maul. Leute, ich sehe gerade unten Infizit auf Arcclaw Peak, was zum F*** ist Arcclaw Peak? Shotgun und Pistol, okay. Früher konnte man es auswählen, welche Klassen man möchte. Naja, diesmal nicht. 3, 2, 1, go! Infiziert macht man immer das gleiche, und zwar man wartet, bis der Countdown runterläuft. Und dann, wie sieht man irgendeinen an? Mit der Hoffnung, dass man halt der Infizit ist oder dass er der Infizit ist. Passt auf, ich zeige es euch gleich. 3, 2... Wie die gleich schreien muss. Ich kenne die Map nicht. Feind einer Windmühle. Wo zum F*** ist hier eine Windmühle? Wisst ihr Leute, beim Infizit ist es so, dass man sich einen Spot aussucht und dort campt und dann... Man versucht einfach gut zu spielen und so lange... Das war laut. Ohoho, easy bitches! Get red, alter! Get red! Wie? Ja, haha, wie schaut denn die bitte? Bin direkt hinter dir. Bin direkt hinter dir. Hi Bro, wie geht's? Alles gut. Entschuldigung, den Lippen machst du da. Kann ich die mal ein bisschen... Auf. Einstieg mit Leuchtsignal markiert. Pass auf, vielleicht explodiert sie. Du bist direkt hinter mir, okay, komm. Wir gehen zusammen. Ja, oder du verlässt mich einfach. Ja, die campen da halt, okay. Die campen zum Beispiel da im Haus. Ja, geil, Mann. Mr. Dutchman, cool, Mann. Cool, Mann. Jetzt passt mal auf, der Profi... 1, 2, 3! Schlitz, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Schnitz ihn auf! Schlitz sein, hier geht der an mir auf. Jetzt passt auf. Ich bin der heftigste Werf von der... Jetzt passt auf, jetzt passt auf. Jetzt ist... Jetzt ist zu Ende. Pass auf, ich renne rein. Für Dalia! Juhu! Einer muss vorgehen. Jetzt komme ich. Jetzt Messer. Messer, Achtung, Messer. Oh, er ist tot, Mann. Boah, hat die Titanhaut, oder was? Jetzt lauft die halt herum. Vielleicht campt einer, vielleicht auch nicht. Einfach mal ein bisschen wandern und die Map... Ähm... Hier ist ja echt einer, oder? Irgendjemand hat Feindkontakt geschrieben. Wer aber? Wer? Ist ein C4? Oh. Ach, da! Nein, ich hätte ihn umbringen können. Ich könnte... Oh, Mann, ich habe nicht die Killcam. Infizil, Leute. Wieder meine Taktik. Ihr sucht einen aus, der einen Drecksnamen hat. Hat er einen Drecksnamen? Äh... Was steht da? Isgardo. Ja, er hat einen scheiß Namen. Jetzt, wie sieht ihn an? Ihr, wie sieht ihn an? Drei, zwei, eins. Er war's nicht. Ihr war's auch nicht. Jetzt könnt ihr normal weiterspielen. Die Map kennen wir wenigstens. Wir haben auch eine Claymore. Wir platzieren hier mal eine Claymore. Und wirklich... Oh, Emacs, halt deine Fresse! Jetzt sucht ihr euch einfach einen Spot aus, wo ihr campen könnt. Würde man sagen, dort, wo eigentlich die meisten liegen. Oder da, wo halt so ein... Ein großes... Ein großes... Groß... Sprachenlernen Bubble. Wir haben hier den Eltenox und den... Esgardo, genau. Na, sonst so. Ja. Kann man hier nicht... Kann man hier nicht tanzen? Äh, wählen. Wieso? Wieso? Junge, das scheint ja mal richtig. War fünf Meter entfernt, er trifft mich einfach. Er schlägt so in die Luft. Dorthin bin ich. Ich sterbe. Ja. Oh, das sind zwei Personen. Drei oder vier? Oha, was ein Mass. Fünf. Fünf Leute. Oh, wie süß die sind. Ich werde die kurz alle abstechen. Das ist aber echt ein guter Spot. Und wir haben gewonnen. So easy, Leute. So easy. Auf jeden Fall, Leute. Das ist ein Video. Lasst gerne liken. Aber da checkt gerne meine Social Medias ab. Mein Twitter, mein Instagram. Und einen schönen dritten Event wünsche ich euch allen. Habt Spaß in der Familie. Mit der Familie. Habt Spaß mit... Tschüss. T T T T T T T T T Bis zum nächsten Mal.